Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute wieder ein neues Instagram-Statement. Dieses Mal aber nicht zu Temptation Island VIP, sondern ausnahmsweise, oder nicht ausnahmsweise, das erste Mal zu Bachelor in Paradise, wenn man so möchte, der erste Instagram-Beef. Wir haben zwei Folgen bisher gesehen und Reactions dazu sind natürlich online, also generell vorab mal für alle Leute, die jetzt vielleicht irgendwie neu hier auf den Kanal kommen, wegen Bachelor in Paradise, könnt ihr gerne abonnieren. Reactions zu den ganzen Folgen kommen natürlich online. Heute schauen wir uns ein Statement oder eine Ansage, ich weiß nicht genau, wie man es nennen möchte, an, eigentlich eher Ansage, glaube ich, und zwar von Staz, den ihr eventuell von Bachelorette kennen könntet, gegen Umut an, also Umut, ja, wer die Folgen gesehen hat, vor allem die zweite Folge, der kann sich auch schon denken, worum es hier so ungefähr gehen wird. Also ich bin mir sicher, es wird halt um das Verhalten von Umut gehen. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Ich bin gespannt, lasst ihr gerne vorab ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen, wenn ihr neu seid und folgt mir natürlich auch gerne bei Instagram. Namen seht ihr jetzt eingeblendet. Viel Spaß mit dem Video und damit, let's go! Leute, hoffe, euch geht's gut. Momentan läuft ja Bachelor in Paradise, so wie das viele mitbekommen haben. Und ich habe natürlich auch die erste und zweite Folge reingezogen, habe mir das Ganze angeschaut. Ich muss sagen, es sind auf jeden Fall coole Menschen dabei. Max, Janik, Tom, wirklich Weltklasse Jungs. Macht auch richtig Spaß zu gucken. Aber was ich loswerden wollte, ist, Umut, du bist einfach, sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber du bist wirklich ein Volldepp hoch 10. Ich weiß nicht, ob du als Kind... Das war auf jeden Fall, sag ich mal, Instagram-freundlich ausgedrückt, würde ich mal sagen, ja. Eher gut, okay. Wenn du auf den Kopf gefallen bist, aber irgendwas stimmt mir ja nicht, Jungen, wirklich. Was du da laberst, wie du dich gibst, diese ganze Show, die du da abziehst, diese ganze Lügen, die du dort erzählst. Ja, also, das ist ja auch so ein bisschen meine Meinung dazu, ne. Ich meine, das sind erst zwei Folgen. Ich kannte Umut und auch eigentlich die ganzen anderen Leute vorher noch nicht. Deswegen, sag ich mal, habe ich mir da sowieso ein komplett neues Bild gebildet, sagt man das so. Ich weiß es nicht. Aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich hier schon irgendjemandem irgendwie positiv oder negativ gegenüber eingestellt gewesen wäre. Und wie gesagt, ich bilde mir dann halt natürlich einfach so mein Bild. Egal, ob jetzt Leute da drin sagen, oh, ich kenne den schon und der so und so oder so und so. Aber bei Umut hat man natürlich oder ich in dem Fall schon sehr stark das Gefühl, dass das halt einfach alles nur für Show ist oder generell, wie er sich gibt. Es wirkt irgendwie nicht authentisch, finde ich. Also, er versucht es schon so rüberzubringen, aber es wirkt einfach sehr gespielt, ne. Muss ich auch sagen. Fremdschämen sein Vater, sage ich dir wirklich ohne Scheiß. Das ist richtig krank, was du da abziehst, Junge. Das ist einfach so bescheuert. Ich muss mir mittlerweile wirklich einen Kotzeimer nebendran stellen, wenn ich dich dort sehe. Wenn ich sehe, was du dort erzählst, den Frauen. Dann versuchst du hier rumzumachen, hier rumzumachen. Da hast du da Kopf bekommen, hier Kopf bekommen. Ja, genau, das ist halt das Ding, ne. Also, wir hatten ja zuerst mal die Sache mit Chiara gehabt. Die hat er dann so ein bisschen irgendwie beendet mäßig. Also, habe ich auch schon gesagt in der Reaction, guckt euch das an. Deswegen, ich will gar nicht so groß auf diese einzelnen Situationen eingehen. Deswegen, wie gesagt, schaut die Reaction an. Aber, da war halt so ein bisschen so das Ding gewesen, so, ja, ich fühle mich nicht gut dabei und so. Und ich kann auch außen schlafen. Also, was er auch gemacht hat. Aber das war schon so ein bisschen so, das fand ich schon einfach komisch, so wie er das alles gemacht hat. Dann hat er kurze Zeit später, ich glaube am nächsten Tag, ne, weil die Situation, die war am Abend gewesen. Ich glaube, am nächsten Tag hatte er dann bei Jenny angegriffen. Wollte die irgendwie ganz random, also, die hatten so zum ersten Mal da miteinander gesprochen und ging jetzt wahrscheinlich auch nicht über lange so. Also, gefühlt nach zehn Minuten, als sie wieder irgendwie zu den anderen zurücklaufen wollten, hat er sie dann irgendwie so am Arm gepackt und wollte sie küssen. Komplett random, also, überhaupt keine Situation, in der sich das irgendwie ergeben hätte. Und nachdem er dann da einen Korb bekommen hat, also, ich glaube, das ist das, was Stas auch gerade da meint, hat er es dann bei Jana Maria probiert. Und, äh, ja, lag dann mit ihr da irgendwie in dem Bett von Chiara rum. Die ist dann auch dazu gekommen, als er dann die Schritte außen gehört hat, dass jemand in Richtung Schlafzimmer kommt. Hat er dann aber irgendwie wieder aufgehört und so. Ganz komisch alles. Da bin ich auf jeden Fall der gleichen Meinung wie er hier, ne, muss ich sagen. Komm, Junge, wenn das so weitergeht und du die ganze Kopp bekommst, später gehst du noch zu Paul Young und versuchst den abzuknutschen. Würde ich dir sogar zutrauen. Einfach so. Ja, das wäre natürlich auch für Show eventuell eine gute Idee. Also, ja doch, das wäre eigentlich echt eine gute Idee. Du bist bescheuert. Diese ganze Lügen, die du laberst. Du gehst hin und sagst, ja, ich stehe auf natürliche Frauen, dies, das, ananas. Lüge hoch 10. Du weißt das ganz genau. Du willst einfach nur besser ankommen. Aber du stehst nicht auf Frauen ohne Make-up. Das ist einfach eine Lüge. Und wir wissen das beide. Wenn du in eine Disco gehen würdest, würdest du direkt eine anquatschen. Die gemachte Brust hat Lippen und Make-up ohne Ende. Du würdest niemals eine Frau ansprechen, die natürlich aussieht. Und das weißt du auch. Deswegen so unnötige Aktionen, die du abziehst. Sei einfach ehrlich. Sag einfach, was du denkst. Und versuch nicht irgendwie so perfekt rüber zu kommen, Junge. Ich finde das mega schade, wie du dich verstellst. Du ziehst da irgendeine verfickte Show ab. Du verstellst dich einfach ohne Ende. Ich habe dich damals kennengelernt, Umut. Ich weiß, wie du bist, ja. Wie du dich im Fernsehen zeigst. Das ist einfach lächerlich, ja. Und ich kann dir nur einen Tipp geben. Und ich meine das wirklich todernst. Ich gebe dir einen Tipp. Bleib real oder verpiss dich einfach jemand. Ja, ist auf jeden Fall eine straighte Aussage. Was haben wir hier noch? Sorry, ich habe mich vertippt. Ich meine, Hashtag Bachelor in Paradise. Ach so, wegen dem Rechtschreibfehler, okay. Hier eine Nachricht von einer Followerin oder einem Follower. Danke, dass es mal einer ausspricht, der ihn kennt. Unmöglich sein Verhalten. Ich freue mich auf Emanuel und Dario. Also sehr schade, dass du nicht dabei bist. Das Ding ist, das wollte ich auch noch sagen. Also ich kenne ihn ja natürlich nicht persönlich. Deswegen kann ich ja auch nur meine Meinung mir über ihn in der Show bilden. Und nicht über ihn als Privatperson sozusagen, wie er privat drauf ist. Stace kennt ihn natürlich. Und deswegen ist das halt nochmal was anderes, wenn so jemand seine Meinung dazu abgibt. Weil er das halt vergleichen kann. Aber wie gesagt, mein Eindruck, ohne ihn auch überhaupt nur aus einem Format vorher gekannt zu haben. Sondern wirklich jetzt nur, wie lange geht eine Folge? Ich glaube, eineinhalb Stunden ungefähr. Also habe ich ihn jetzt in den drei Stunden, wie oft er halt gezeigt wurde, keine Ahnung, ne. Ein paar Minuten gesehen. Aber mein Eindruck war auch schon direkt irgendwie, dass er sich da irgendwie verstellt. Und dass das halt einfach nicht authentisch ist, so ne. Also das war mein Eindruck. Könnt ihr ja gerne mal kommentieren, wie es euch dabei ging. Das war es dann, glaube ich, auch schon hier. Ja, Tom hat das Ganze repostet. Tom hatte ja auch schon so seine Probleme auch schon vorher gehabt mit ihm. Das haben wir ja auch schon erfahren. Und ja, Freunde, das war es mit dem Video. Abschließend kann man eigentlich nur sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also wir haben ja erst zwei Folgen gesehen. Und ich glaube, da wird auch noch einiges passieren. Wobei man natürlich auch mal abwarten muss, wie lange jetzt Umu zum Beispiel noch da drin bleiben wird. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, so richtig aufgeflogen, was er da irgendwie macht. Ist das in der Villa noch nicht? Oder im Paradies besser gesagt. Ja, ist das noch nicht. Kann sich natürlich schnell ändern. Müssen wir mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Reactions kommen weiter dazu online. Ebenso wie zu den ganzen anderen Formaten. Also wir haben gerade The Real Life, Temptation Island, VIP. Und es starten auch sehr viele neue. Also mal gucken. Eventuell wird was kommen zu Promi Big Brother. Germany Shore, also Reality Shore, wurde irgendwie umbenannt jetzt. Das heißt jetzt Germany Shore. Können wir auch mal gucken. Bin ich gerade dran, das alles abzuchecken, was so kommen kann. Und irgendein neues RTL-Format startet auch noch. Irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Match, Swipe, Bluff oder so ähnlich. Müsste auch ab Dezember kommen. Also der Content, Freunde, geht uns hier nicht aus. Wenn es was Neues gibt bei Instagram oder ein Statement von Umut, dann können wir das natürlich auch anschauen. Also so wie ich es jetzt gesehen habe, hat er sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert. Warten wir mal ab. Das war es mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.